Also sag mir... Das muss ich nur ein paar mal üben. Doch wir gehören alle zusammen, halten die Zukunft in der Hand. Doch wir gehören alle zusammen, halten die Zukunft jetzt in der Hand. Also sag mir... Doch wir gehören alle zusammen, halten die Zukunft jetzt in der Hand. Also sag mir... So muss es sein. Ein Try noch, dann muss ich was kochen. Ich muss arbeiten. Ja, 16, 19 Uhr. Chillig. 1, 2, 1, 9, 9, 5. 5, 4, 3, 4, 1, 2, 2. Der Frips am Mic fliegt auf seinem High-Spirit 5. Schüsse Melodie auf das Scheitlemmert der Mic-Controlerei. Vorbei ist die Zeit der Obrigkeit, Himmelszell. Wir fangen an unser Feld selbst zu bestellen. Auch das der Himmel Gnamm zeigt und es regnen lässt. Fühlt die kölnende Zeit unsere Seele in der Welt. Liebe, Licht und Vertrauen in uns weg. Denn Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Leben wir sie aus und wir finden zu uns selbst. Leben wir aus ihr und wir heilen die Welt. Sag mir. Wie soll es werden? Unser Was für Probleme in der Welt? Das einzige Problem, das ich habe, bin ich selbst und dessen Lösung gleichermaßen. Jedem seine Wahrheit ist für jeden am wahrsten. Also erklär mir nichts von. Ich erklär dir die Welt. Fixe Realität ist nur für den, der sich an sie hält und zeigt das Unvermögen seiner Kreativität. Egal wie hoch gebildet. Die Bildung hat dir ein Bild gebildet. Bin mir im Bilde dessen Rahmen ich selber bilde. Und bestimme meine Maßen. Anstatt mich bestimmen zu lassen. Sobald ich das kann. Doch wir Gehören alle zusammen. Halten die Zukunft jetzt in der Hand. Also sag mir. Wie soll es werden? Unser Paradies soll werden. Sag mir. Wie soll es werden? Frei vom Parabief und all den falschen Werten. Jo. 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 Ah. Prinz Josef Knecht. Mal bin ich Prinz und mal bin ich Knecht. Ich nehme mir das Recht auszusuchen wann ich Prinz und wann ich Knecht bin. Aber immer bin ich Josef. Geil.